Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einer weiteren Folge Craft the World und zwar müsste das jetzt die Folge... Oh Gott, da hätte ich mich ja jetzt ein bisschen besser vorbereiten können. Jetzt kommen hier die Monster wahrscheinlich schon. Nö, noch nicht. Die Folge Craft the World 37. Herzlich Willkommen zur Folge Craft the World 37. Ich hatte ja zwischendurch... Wartet mal kurz... So, jetzt geht es aber los hier. Lange genug habt ihr jetzt gewartet. So, ich hatte ja zwischendurch mal kurz überlegt, ob ich das Wüstenlevel spiele, aber das wird auch alles irgendwie viel zu viel und außerdem hatte ich mir ja vorgenommen, hier ein ganz tolles Zwergenschloss zu bauen. Und wir waren ja eigentlich hier ganz unten in der Tiefe und haben hier unglaubliche Mineralien abgebaut. Das war ja super, super. Guckt euch das mal an, wie tief das war, hier. Hier ist schon so komisches Gestein. Oh. Äh, komm, schlag doch den mal tot hier. Oder? Warte mal, wir müssen die hier mal... Die haben hier gerade ein Problem, glaube ich. So. Guck mal, hier sind doch super coole Diamanten. Die könntet ihr da mal abbauen oder was auch immer das ist. Ach, Mithril. Mithril-Erz. Genau. Wir könnten ja für gute Rüstung und so weiter... Könnten wir jetzt so langsam mal... Äh, könnt ihr mir mal erklären... Achso, weil ich hier so viel abbauen sollte. Okay, ich hab's verstanden. Wozu ich euch den Auftrag gegeben hab, hier die ganzen Steine abzubauen, weiß ich jetzt auch nicht. Ich würd's ganz gerne ein bisschen schneller stellen. Hab ich vergessen, wie das ging. Wie ging denn das? F2? Ja. F3? Ah. So, jetzt arbeiten sie hier mit der zweifachen Geschwindigkeit. Wie sieht denn das aus? Sieht das doof aus? Ist okay, oder? Gut, jetzt wollt ihr da die ganzen Steine ab. Aber nach Mithril sieht das immer noch nicht aus. Wo kriegen wir denn jetzt Mithril noch her? Oder sowas in der Art? Das war hier einfach weitergehen hier hinten vielleicht. Okay, wir haben ja noch... Zwei Fackeln haben wir noch. Guck, wir setzen euch hier auch noch eins hin. So, dann gucken wir mal. Ja, der Plan ist ja... Guck mal, wenn die Zeit schneller läuft, dann... Guck mal, jetzt wissen die gar nicht, was sie da machen sollen. Hier, Zwerge, hier, Zwerge. Mach mal hier einen Tunnel. Wir suchen Mithril, meine lieben Freunde. Oh, das ist mir aber ein bisschen zu schnell. Ich geh mal auf 1,5. So, ja. Gut, dann können wir mal gucken, wie sieht es mit der Ausrüstung aus? Was haben wir denn hier so alles? Braucht jemand von euch eine schicke Ausrüstung? Ihr seid ja eigentlich ganz gut angezogen, wenn ich das so sehe. Eisenschuhe haben sie jetzt alle, ja? Haben wir zu viele Eisenschuhe, oder was? Nein, guck mal, der hier, der kann noch Eisenschuhe kriegen. Genau. Der kann auch Eisenschuhe kriegen. Sehr schön. Und der kriegt auch Eisenschuhe. Und der kriegt Eisenschuhe. Der Janni und der Miko kriegt Eisenschuhe. Ist ja wie im Kindergarten hier. So, jetzt haben die alle Eisenschuhe. Mal gucken mal hier, Eisenrüstung haben wir auch. Der Miko kriegt Eisenrüstung. Und der Janni kriegt Eisenrüstung. Und der Fanny kriegt Eisenrüstung. Und der Moyan kriegt Eisenrüstung. Nein, ich brauche noch mehr. Wie sieht es denn aus? Können wir hier voll die fetten Rüstungen eigentlich craften? Guck mal, von diesen Helmen haben wir nicht so viel Stahl. Haben wir Stahl? Ist das hier Stahl? Guck mal, da können wir doch jetzt glatt. Solche Helme craften. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, 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 fünf. Gut, dann lasst uns erst mal fünf Metallhelme machen. Fackeln könnten wir auch bald neue brauchen. So, hier sieht es ja nicht so aus, als wenn es da irgendwas noch zu holen gibt. Und der braucht lange. Was ist denn das für ein Zeug, was der da abbaut? Guck mal, wie lange der da braucht. Das ist doch wahrscheinlich irgend so ein krasses, das ist nicht normaler Sand. Sollen wir gleich mal anklicken oder mal gucken, was das ist? Boah, das ist doch keine Erde, Alter. Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch nichts, das ist doch keine Erde, oder? Also, wir brauchen ja nur gucken, ob es, wenn er ihn abgebaut hat, oder wenn er ihn mitnimmt, ob es dann eins mehr wird. Ne, was hat denn der? Es sieht so aus, als wenn es Erde ist, aber irgendwie tut er sich extrem schwer beim Erde abbauen. Oh, hier muss man schon wieder so ein Ding machen. Jetzt klettert er wieder da runter. Warum klettert er da runter? Jetzt klettert er da hoch. Klettert er hier hoch. Ach so, der versucht hier einen Ausweg zu finden. Hier kriegst du noch den. Genau. Wow. So, ihr arbeitet hier schön, ja? Also hier sehe ich irgendwie gar keinen. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen nach unten gehen. Geht mal ein Stück nach unten. Das würde mich mal interessieren, was da... Guck mal, das müsste doch... Das geht viel schneller als diese komische Erde hier. Der ist ja unglaublich hart, das Zeug. So, weiter runter, weiter runter. Müssen wir noch ein paar Fackeln craften. Sehe ich gerade. Fackeln, Fackeln, wo waren denn... Guck mal, hier gibt es mir wieder das Neues. Ein Springbrunnen. Oh, ist ja schön. Einrichtung. Sofa. Wir haben auch... Ah, dekorativer Schild. Na? Ah, ein Kleiderschrank. Okay. Was macht der? Komfort 5. Okay. Nee, ich brauche einfach eine stinknormale Fackel. Die ist jetzt hier spontan... Hier wird da die Fackel nicht bei sein, oder? Doch. Guck mal eine an. Guck mal eine an. Ich staune, dass unser Holz so lange reicht. Da, mach mal schön Fackeln, so. Kannst die gleich hier reinziehen, genau. Sehr schön. Hier kommt... Tut euch mal nicht so schwer, da ein bisschen runter zu graben. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Hier kann man auch noch eine Fackel hinmachen. Und was ist das? Ah, Mitrielschuhe. Wow. Cool. Mitrielschuhe. Oh, was ist denn das hier? Ach, da ist wieder so eine komische Larve. Dann hör mal auf da. Die Larve brauchen wir jetzt nicht. 47 Sekunden noch. Okay. Machen wir hier noch so ein Ding. Ah, die tun sich echt schwer mit diesem Zeug hier. Vielleicht sollten wir das mal abbrechen. So, und einen anderen Auftrag vergeben hier. Wenn das wirklich so schwer ist. Guck mal, hier ist eine Schicht, die ist da nicht so hart. Doch, die war auch so hart. Eieiei, guck mal, können wir hier weiterleuchten? Nee, nach da nicht. Mann, ihr seid schon so tief. Was mache ich denn jetzt mit euch? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Und noch tiefer ist doch auch sinnlos, oder? Dann macht ihr eure ganzen Werkzeuge kaputt. Ach komm, wir graben dann noch ein bisschen tiefer. Ist egal. So, und dann kannst du den noch rausnehmen, damit wir da eine Kerze reinmachen können. So, nur so weit, wie wir sehen können. Dann machst du nämlich hier eine Kerze rein, mein Lieber. Ja, zu zweit geht es auch ein bisschen schneller. Los, hopp, 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 hopp. Und gleich kriegt ihr ja noch alle eine Rüstung, eine schöne. Ja, sehr schön. Dann könnt ihr hier eine Fackel heransetzen. Oh, Hunger hat er. Die Zwerge sind hungrig. Ich sehe es. Jetzt machen wir uns erst mal nach ganz oben. Also, Leute, habt ihr das schon mal gesehen? Wie tief ist denn das? Das ist ja unglaublich. Oh, guck mal. Meteorregen. Wie schön. Oh, ich bin am verhungern, sagt er. Mann, Alter. Du bist am verhungern. Dann lass uns doch mal kurz gucken. Was haben wir hier? Ach so, ja. Jetzt hatten wir schon eben. Mit Riebuts. Mit Riebuts. Ey, Alter. Komm ran mit die Metrielboots. Du alte Xanthippe. So, guck mal hier. Wo, 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 wo? Hier. Schön Schnitzel. Gibt es noch was anderes? Brot. Können wir Brot machen? Brauchen wir Eier für? Bier. Guck mal, Bier. Oh, Bier. Bier. Ole, 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 ole. Ich bin ein Zwerg und saufe Bier. Hier. Da habt ihr Bier. Ihr dummen, äh, ihr lieben Zwerge. Was ist denn das hier? Das sieht ja geil aus. Was ist denn das? Der Hexenkessel. Warum sieht denn der so aus? Nein, 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 nein. Nicht den Hexenkessel entfernen. Boah, die hauen das Bier da weg wie nischt, ey. Hm. Hm. Das ist jetzt hier nicht so interessant, ne? So. Macht weiter, Leute. Arbeiten, arbeiten ist das halbe Leben. Hier kannst du auch noch einen Rennen machen. Nee, mach mal, mach mal erst mal den, genau. Dann machst du den hier drunter. Guck mal, da kommt schon den nachhelfen. Der hat bloß was geholt. Siehst du, jetzt könnten wir auch mal so langsam gucken. Wer hier von euch... Nein, ich will doch nicht... Guck mal, hier kannst du mal eine Fackel reinmachen, mein Lieber. Und hier oben... Bladabadatsch. Muss ich auch noch was anderes gucken. Oh, jetzt ist er wieder abgeholt. Hier, komm, komm. Bleib stehen, bleib stehen. Renn doch nicht so. Mann. Ich muss jetzt mal einen Zwerg mir hier schnappen. Hier vielleicht? Ah, guck mal. Mal checken. Also, bei dem Leben gut, Essen gut. 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 Leben nicht so gut. Der macht nichts, dann soll er schlafen gehen. Leben gut, Essen gut. Guck, geh schlafen. Oder, nee, geh essen. So, okay, so. Ist das Essen? Haben die das schon wieder aufgegessen? Wo ist denn überhaupt der Tisch? Hier war doch eben noch ein Tisch. Gut, das war's, meine lieben Freunde. Essen, ach so, Essen habe ich ja hier. Tanzapfe. Können wir nicht noch irgendwas Schönes kochen? Ich habe viel zu wenig Kochrezepte. Tee. Fischsuppe. Brötchen. Ach, Brötchen können wir machen, oder was? Guck, wir machen mal ein paar Brötchen. Warum haben wir eigentlich so viel Mehl? Einmal Mehl. Oh, ho, ho, ho. Oh, fünf. Fünf macht er. Können wir noch mehr Mehl machen? Ich will mehr, ich will mehr, 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 mehr. Warte mal. Brötchen, Mehl. Hier, Mehl. Samen. Zack. 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 Und jetzt machen wir so viel Mehl wie möglich. Okay. Wo werden die gebaut? In einer Mühle. Ach so, eine Mühle haben wir. Okay. Ich glaube, so langsam könnten wir auch draußen mal wieder uns ein bisschen umkippen. Quick. Umkippen. Umgucken. Guck mal, hier ist ja schon wieder so ein komisches Lager. Vielleicht sollte man... Ach so, da ist ein... Okay, die Tesla-Türme haben wir ja erst mal aktiviert. Man könnte theoretisch noch einen Tesla-Atom bauen, falls die da rauskommen. Und irgendeine schöne Ver... Warum am Verhungern? Jetzt hört doch mal auf. Ich habe euch doch... Ich... 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 Schlafen zwischendurch könnte er natürlich auch. So, Mehl wird hergestellt. Könnte man mal gucken, was kann man denn jetzt... Rüstungsmäßig noch machen. Kann man da vielleicht noch was machen? Guck mal, das haben wir alles noch gar nicht gebaut, diese geilen Teile hier. Wie kann man denn Silber-Ingold bauen? Da braucht man Silber? Wow! Guck mal! Und Kohle. Oh, Kohle wird langsam knapp, aber... Kohle konnten wir, glaube ich, auch craften. Kohle konnten wir auch craften. Warte mal. Kräften, Kräften, Kräften. Kohle. Zack. Hier, guck. Mit Erde. Erde haben wir. Und Holz. Oh. Ob das der richtige Weg ist? Doch, das ist der richtige Weg, weil wir haben total viel Holz. Wir werden uns auch gleich ganz viel Holz holen. Wir craften uns jetzt einfach mal super viel Kohle. Solange bis das Holz alle ist. Ja, genau. 11 Kohle ist natürlich total super schwach. Ich frage mich, wie kommt der normale Standard-Zwerg hier eigentlich raus? Wie kommt der da eigentlich raus? Muss doch glatt noch ein Steinwall? Nö. 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 Stein wäre nicht schlecht, wenn man da einen normalen Stein hinpacken könnte. Guck mal, wir haben schon 6 Mitril in Gotts. Ah, Kohle fehlt. Mitril haben wir, oder? Wie viel Mitril haben wir denn? 10 Mitril. Geil. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Normalen Stein brauche ich. Einen ganz normalen, stinknormalen Stein. Diamanten haben wir ohne Ende. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo die ganz normalen Steine hier waren. Da müsste ich doch so Unmengen von haben. Die sind hier nicht in meinem Inventar. Die sind doch hier bei den Grundstoffen. Ach, hier. Komm, mach mal hier einen normalen Stein hin. Weißt du, dann könnt ihr da besser rüberlaufen. Und hier auch. Warum ist da überhaupt kein Stein? Und hier ist auch keiner. Wo will ich das? Und zwar ein bisschen zackig. Zackig, zackig. Genau. So, und jetzt. Wie spät ist es? Ist es Tag? Können wir da auch was checken? Okay. Ach so, die kommen hier gar nicht rüber. Ah, jetzt kommen diese Goblins da und bewachen. Oh, jetzt kommen die da hoch. Los, Tesla. Tesla drum. Tesla drum. Los. Warum blitzen die ja nicht? Warum blitzen die ja nicht? Ich muss die doch wegblitzen. Okay, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben ja immer noch vor, hier ein Schloss zu bauen, meiner Meinung nach. War doch so geplant von mir. Guck mal, da kommen sie schon wieder. Und der Tesla-Turm, der schießt einfach nicht. Das sind so nur die kleinen Gemeinheiten im Leben. Ich muss mal hier nochmal kurz was... Was? Ja, jetzt. Ach, der schießt erst im Dunkeln, oder was? Gibt es denn sowas? Gibt es denn sowas? Okay, meine lieben Freunde, das war's. Haha, gerade jetzt wurde es spannend. Jetzt fängt die Welle an.